Das war schon echt geil. Die Aufnahme geht weiter. Oh man, jetzt hat er mal Victor genommen. Ba-bau. Hohen riefst, ich nehme dich los. Hohen riefst. Es ist gut jetzt. Oh da, da, Mau, Mau, Mau. Äh. Hohen krebs. Das ist die Ohnmächtigkeit. Bewusstlos. Der Hohen krebs. Der Bus hat Hohen krebs. Der Bus hat Hohen krebs. Alles hat Hohen krebs. Alles hat Hohen krebs. sexy mann das ist von dem afd wiederkommen war ja klar das habe ich jetzt eine aufnahme gesagt scheiße ach egal wie ich es erwähnt ich habe mich nicht mehr will ich die ntd oh nein was er geht eh offen damit um dass er nazi ist ja ich habe jetzt mal wieder ein paar Arzt aus dem Land mit manche negativ gelongelt so gelatscht hat schwarz gemacht weiß ich doch kürzelt schicken es ist man für und lief Prozent alle jorden und geben sie dass man den dicken Hupen sehen hallo und schweigen die Europäer Hupen auch mal in den Titten im Spiegel an was halt richtig für vier ja erst mal auf die titte geschossen jetzt auf die wagen naja ich mach selber hier LET THE BATTLE BEGINN MAM ey die maps manchmal ist für mich ernsthaft? echt wirklich jetzt manu? ich mein jetzt voll ernst jetzt mit dir ne du kleine Drecksau ja geil alter alter ich werd hier voll weggepumpst alter hab mir grad warum gestöhnt geiles Sau ey alter alessio hat hodenkrebs ja natürlich alter krass notwendig MAM alessio hat hodenkrebs Hodenkrebs ja dann pumpst du dir MAM ich sag dir der hat doch die hodenkrebs ja natürlich ja was los haß ich habe immer noch hodenkrebs ich hatte noch die hodenkrebs ja ich hatte nur ja ich hatte nur ja ich bumm's dich bitte MAM das ist so geil MAM ihr habt doch eh alle hodenkrebs nein nur sinnvoll MAM man hilft mir denn keiner von euch lappen ey ich fick dich ey aber 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 man hodenkrebs gehst du der mutter Mama ich brauch Geld ich hab leider nicht mehr so viel mein Sohn aber MAM okay ich dachte ich dachte du sagst jetzt aber hodenkrebs nein aber hodenkrebs mann Leute Mama hat hodenkrebs MAM Mama hat hodenkrebs aber MAM ey Daniel Mann Hodenkrebs alter Mann ich hab grad so den Kack ey was ist denn das Mann MAM MAM Time still Du war ja eine hodenkrebshaft man Time still Boah du hast du ja hodenkrebs achso hodenkrebs ja von morgens bis abends der hat schon wieder hodenkrebs der totenkrebs mama ist doch da ist richtig geil dass ich jetzt drauf umbreitet die aufnahmen ins Leben er ist so ich hätte aber machen Prozent reichelt sie aktiv auf Käpt'n muss die Erwerbungen Prozent bis zu gut tun ich mag ihn aber nicht Mama, dieser scheißen Alpermann ist gegabt. Es fehlt unnodengrebs. Mann, unnodengrebs. Unnodengrebs. Ja, genau, du warst unnodengrebs. Was ist das, Mann? Ich geh gar nicht schlafen, ich hab gar Bock mehr. Was ist mit dir los, du vorzuhören? Ey, ey. Jetzt geh doch mal zur Bombermann! Ich hab dir schon mal gesagt, ich hab Syphilis gehabt, nicht totenkrebs. Dickchen, Mann! Dein Gesicht ist totenkrebs. Ja, ey, jetzt nicht so kommen hier, ja. Ist nicht nett, Daniel, ja? Bitte nicht, ist nicht nett. Odengrebs, Odengrebs. Nehmen wir dieses gute Odengrebs. Das gute Odengrebs bist du für Perverslinge. Das gute Odengrebs. Oh, was denn denn die Bitch vor mir? Oh, komm, lass mal bitten. Komm her. Oh, du dicken Titten, alter. Oh, scheiße. Siehst du aus wie deine Ex. Thomas, hör. 5, 4, 3, 2, 1. Ich denke, er ist ein Typ. Alter, Thomas war ein Typ, alter. Und Shane, du hast den Typen geballert. Ey, Thomas. Ey, Thomas. Ey, Norma. Scheiße, Leute, mein Arsch juckt. Fuck. Oh. Oh, fertig, gekrabzt. Wo ist der Analgürste? Was für Analgürste? Alter, Shane, du bist doch so stark geblieben, Alter. Ich muss kurz mal ein Resort anziehen, wie das Kältchen. Shane ist so ein dummes Kind. Oh, ja. Aber so richtig dumm. Oh, es ist schön frisches Softman zu ziehen nach drei Jahren. Der Werfling, ey. Ich wechsle meine Hose auch noch zweimal mehr. Natürlich, verständlich. Bescheiden. Oh, ja. Hehehe. Aber, Mama! Mama, Mama. Mama! Als ob ich dir das nicht holen hab. Mama. Es ist gerade der Payload. Wie viel? Wer bescht dich da, Batsch? Ey Daniel, sagt doch nicht immer sowas. Ja doch, voll die Bitsch. Ich bin nicht toll. Das ist mir doch egal. Hey Thomas. Hey Thomas. Hey Manu. Hey Manu. Aber Mama. Aber Mama. Ich hab die Mama. Get down, stay down. Aber Mama. Alter. Ich bin so gestört oder nichts. Das ist echt so ey. Das haben wir in unseren Leben nur falsch gemacht. Alles. Weiß es nicht. Alles, einfach alles. Ich tu halt, wo wir geboren wurden war schon alles falsch. Aber nur bei Marlo. Alles falsch. Du bist schuld. Hey Thomas. Hey Thomas. Hey Thomas. Auf Mal Sü. Knallen wir Nein. Ja, natürlich. Die alte Fladafortz. der charakter von von manu sieht vom gesicht ist wirklich so ein bisschen ich tue lieber kein screenshot man sonst ist die aufnahme wieder beendet so was alles wiederum in 15 Sekunden noch mal durch gar nicht ein Töte 3 doch so schönes Rostow witzig ey ich bums dich weg aber ich hab gebums den Baum aber aber MAM ich hab dich doch gebumscht man ich hab die so genagelt man hab die doch einfach so genagelt damit hat oh die bumsen den Baum ich wollt grad sagen ja als ob die mich jetzt weggebummst haben mir doch die haben richtig mein heftiges Pussylock kaputtgeboxt aber MAM ey man mach doch mal was ey man mach doch mal was jetzt ey ihr sagt mir ihr seid jetzt mal nicht so Hodengräbsviecher ey dummes Kind baar ja dann ja dann geh mal geh mal zum Dings hin genau 9 der war mir steht da ist ja drin macht den aber das ist aber so klar aber ich habe gedrückten dicken boogie solltet n zerstörungen er kommt denn da nicht drauf klar Ich finde alles so delicious. Ich finde alles so delicious. Erhalten Kristalle. Aber Mama. 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 Ja. Rüge dich. Rüge dich. Nein. Gar nicht. Ich nicht. Es geht nicht. Es geht einfach ruhig. Ey, Daniel, was denkt, welche Bänder dann wird Slayer oder? Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen sind, aber was weiß ich von ihm. Hast recht. Ich habe jungen an. Ich hab mir so gedacht, den Turm bei Manu gefallen und wenn Vitax in der Nähe hier irgendwo mal live spielen sollte, dann nimm mal Manu mit. Manu liebt doch Vitax, er hört eh ihr wisst davor, da hat er bestimmt auf dem rücken oder so voll das Vitax Tattoo. und auf facebook tut er das und also die tafeln wie das rein machen so titel bild oder steht das ist gelogen nein ist nicht gelogen es ist die wahrheit pure truth 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 pure truth ich hab keinen touch für mich pick die op1 halt im verzehnt victor ich boxe dir in die fresse mama matchfehler msa 85 irgendwas was ist mit dir los wo ist der baum ich wollte gerade sagen ich mache mir das was insgeheim hat sich diesen rein welchen die musik mut also ist auch mal insgeheim hat sich diesen reihe das war bombel ja war so sagt man man startet weil ich den kaffee macht muss nur x drücken und dann kommt es wieder dran sagt man es beginnt hier stritten x unter mir Okay. Machen wir. Hä? Hä? Wir können irgendwie nicht mehr spielen. Okay. Das ist auch gut. Das finde ich auch gut. Richtiger Bastard, Alter. Alter, jetzt hör mal auf. Meine Eltern gehen noch zusammen. Ja, und wenn die jemals Schluss machen sollten, ja, dann bist du dran schuld, weil du in allen schuld bist. Und dann bin ich ein Bastard, ja, und dann bin du erst ein Bastard. Nein, du bist ein Sexy Boy, ne? Du bist ein richtiger Sexy Boy. Ich meine, du sagst mal aus wie David Beckham. Natürlich. Ich sah früher so aus, jetzt nicht mehr. Ja, du sausest. Ja, aber. Manuel Beckham. Oder David Geist. Manuel Beckham. Ja, geht's jetzt mal los oder nicht? Nee, ich versuch doch noch. Ja, guck, da kommt der Geist, die angeflogen, die Pusspuss. Da kommt der mit der Fahne angerannt. Da kommt der mit der Fahne angerannt. Mit dem Puddel. Mit dem Puddel. Da kommt der mit dem Puddel in der Hand. Und schreit, der beste Wimmer war doch ich. Und schreit, der beste Wimmer war doch ich. Und schreit, das ist mein Teich. Das ist mein Teich, wenn dann schon. Lars, Chris will. Ah, Geffi, du riechst so gut. Ah, Geffi, du riechst so gut. Ah, Geffi, du riechst so gut. Ah, ich sag noch gestern die Polen, alter. Ah. Mit Rapsstein und Eisbretter. Danke. Danke, meine Antwort. Was, was, was? Bitte bitte. Irgendwann drehe dich dafür zusammen. Nein, ich brauche das nicht. Oh, was mach ich nicht. Nein, nein. Ich brauche das nicht. Danke. Danke, Masse. Danke, Masse. Anschein wird zum Himmelsfall. AAAAAAAA. Ach ja. Nein, Alter. Dann geht es denn schon wieder. die zuschauer es kann auch dauern spult vor naja wenn ihr vorspielen vielleicht guten spruch von uns steht auch wieder schön guter spruch einbruch guter spruch beinbruch hauptisch geld habt ihr das geld habt ihr es mitbekommen ja ich fick dich halt in die birne ich kann irgendwie nicht erwarte ich lange beitreten macht du mal eine lobby auf oder so keine ahnung wer ich jetzt hier dort kann ich machen ja die unter uns können nun so viel lobby wird eine eilade von maa so oh